Steht Prinz Frederik und Prinzessin Marys Ehe vor dem Aus? Der dänische Royal soll Gerüchten zufolge eine Affäre haben. Wie das spanische Magazin Lekturas berichtet, soll er sich Ende Oktober heimlich mit der mexikanischen Schauspielerin Genevieve Casanova treffen. Der Palast schweigt zu den Spekulationen. Bei einem Besuch des spanischen Königs Philippe und der spanischen Prinzessin Letizia wirkt Mary allerdings ziemlich geknickt. Doch Genevieve weist die Vorwürfe klar zurück. Eine solche Behauptung ist nicht nur völlig unwahr, sondern stellt auch die Tatsachen in böswilliger Weise falsch dar. Wie die Spekulationen über eine Affäre zustande kommen, bleibt unklar. Bei den vierfachen Eltern ist aber wohl alles in Ordnung.